So, moin, herzlich willkommen zurück bei Oberwatch, hier mit dem Charakter Junkred. Ich gucke mal direkt, was er so kann. Äh, da. So, Junkred ist ein Defensivcharakter mit Schwierigkeiten, das gerade zwei Sterne. Und als erste Werfer hat den Granatenwerfer, voll explosive Projektive, die von Oberflächen abprallen. Dann als Ulti haben wir den Kamikaze-Reifen, alles klar, steuert und sprengt einen explosiven Reifen. Also, das Ding ist ziemlich gut und man kann schon von Entfernung aus sehr schön viele Kills machen. Natürlich am besten auch, wenn mehrere Leute auf dem Haufen stehen. Dann mit links Umschalt oder linke Shift-Taste fängt es mit der Mine, wirft mit L Umschalt eine Gegner zurückgestoßene Mine. Die mit rechter Maus manuell gezündet werden kann. Dann mit E-Stahlfalle platziert eine Falle, die Gegner bewegungsunfähig macht. Ist auch sehr nützlich bei Engstellen, zum Beispiel. Dann hängt er in der Falle fest, dann direkt ein paar Granaten ins Gesicht. Hier noch passiv Sprengteufel lässt Bomben fallen, sobald du stirbst. Auch sehr lustig, wenn man halt im Pulp stirbt und lässt du noch ein paar Granaten fallen. Dann, äh, ja, dann musst du noch ein paar mit. Jetzt gleich aber, glaube ich, nicht zeigen, sondern, äh, das muss man im Spiel sehen. So, die müssen direkt, die müssen direkt an die Saga. Heute ist ein guter Tag, um Chaos zu stiften. Genau. So, linke Maustaste, wie gesagt, nochmal Granaten, ne? Mach doch auch so, man kann halt sich gut irgendwo verstecken, kommt, die Ecken schießen, so. Also, ist einfach ganz gut. So, und dann gibt's hier natürlich noch, wie gesagt, die Mine. Unterbrecht mich bitte, wenn ihr die nicht kennt. Und die rechte Maust zünden. Macht Damage und spürst die Gegner weg. Zum Beispiel, wenn du Weihnachten vor einem steht und ihn rumnervt, dann kann man ihn vielleicht umlaufen oder von hinten. Und dann erstmal wegstoßen. So mit E ist halt die Falle. Ich weiß gar nicht, wie löst die hier aus. Ja, ist raus. So, dann ist er gefangen erstmal kurz. Verliert noch Energie und dann kann man jetzt dann mal schön den Weg holen. Auch eigentlich ziemlich gut. Wie gesagt, wenn ich sterbe, kriege ich auch Granaten. Das will ich jetzt mal ganz zeigen. So, jetzt zeige ich nochmal kurz eben den Reifen. Also mit Q, also am besten, stellt man sich irgendwo weit weg. Dann drückt man Q und dann wird da halt gezwimmelt. Problem ist der Reifen, kann abgeschossen werden, deswegen müssen wir am besten schnell handeln und müssen viel fahren. Zack. So geht das mit dem Junk Rat. Also, ziemlich guter Schaar, finde ich gut, kann man gut spielen, macht Spaß und hat lustige Kommentare. Und ja, jetzt gehen wir direkt im Multiplayer. Viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's, los geht's. Du erst mal in den Rout hier. Eskortieren Sie die Freight zu Ihrem Ziel. Die beste Team überhaupt. So, ist das in der Ufer, Anna? Komm, ihr seid bei der Facht. Bleibt sich in Bewegung. Komm, Schütze, bleibt in Bewegung. Feindliches Geschick, wo raus? Klapp. Halt aufermachen. Komm, was meint ihr hier? Habt ihr die Lucht geflogen? Mein Problem. Öff. Er sagt, Junkrat ist echt sehr gut. Freunde, spielen. Feindliches Geschick. Nein, nein, nein. So, los geht´s hier. In meiner Zeit sind wir die Frachtlegs angehoben. Mach´s gut, mein Schätzchen. Unterbrecht mich bitte, wenn ihr mich schon kennt. Oh man, sehr gut. Nein. Ich habe die Flache. Ich habe die Flache. Ich habe die Flache. Ich habe die Flache. Mir stirbt keiner weg. So ist Sonny von meinem Weg. Wir haben das. Wir haben das. Komm ihr seid bei der Fracht. Bringen wir sie in Bewegung. Ihr spinnt doch heil. Nein, die ist doch in der Straße. So, ich bin halt hier. So ist echt sehr gut gerade. Einmal gestorben. Relax. Relax. Ich bin mit der Fracht auf dem Weg. Kannst du auch machen, Deja Vu? Ja. Ja, das ist ein Alli. Ja, das ist ein Alli. Das ist ein Alli. Was ist ein Alli? Das ist ein Alli. Es wird massiv. Schön, Mom, schon. Schön, dass wir uns die Flache haben. Dann gehen die Flache und Stüll. Wenn du so! Das ist ein Alli. Schattet top, ich bin gleich. Entschuldigung, bei der Flache. Mein Geist, schützbar! Energy Feinsgeschütz gesichtet So, nochmal Energy holen wir dann Jetzt geht mein Ulti rein Oh, fast! Ach hier, da war meine Minen So, ein Krieg hier Ich muss schon die Bandschießen wollen Feinslich ist Geschütz voraus Jetzt wird's massiv sein Beide Feinslich ist Geschütz voraus Wo ist der die denn? Feinslich ist Geschütz voraus Wo ist der die denn? Feinslich ist Geschütz voraus Aua Weg da So, Tone aus dem Schutz erwischt, aber... Ja, das Junkriff ist echt glibbar Wir gucken jetzt alle diese Mäppchen Mir stirbt keiner weg Ah, ich kann EIN Bam, Junge Andelt beginnt Nehmen sie zu Schiffen So Da drüben ist ein feindlicher Schiff Zeig Nicht schlecht Oh Oh Ich brauch einen Muni, würd ich grad sagen Energiebrühe und schiff Ein Kopf, zwei Arme, ein Gebrühe bis ein feindliches Geschick Machs gut, mein Schätzchen Aber ich bin wohl nur die Vorsicht gegen Verkehr Weg Jetzt wird massiv Hehehe Mir stirbt keiner weg Mir stirbt keiner weg Warte in die Luft gefangen Hahahaha 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 Gäffe Hahahaha Das ist doch Ich bin weg Er wirst du jetzt Ach, ich bin weg Ich bin weg Ich bin weg Ich bin weg Oh yeah. Lass mich spielen! Bekennen! Ich bin zu fällig, Beter. Willst du nicht sehen? Heute ist bereit, zu liefern. Lass doch los, Beter. Alle Lega haben abgeladen. Bist wohl mächtig in Titeln hier getreten, was? Das ist kein Blut, Kim. Bruder, unterbrech mich bitte, wenn ihr den schon fettet. Vorsicht gegen Verkehr! Bleibt unser Ziel an! Eindringen und langen! Huh? Mehr stimmt da, um Kim. Was? Sie werden sich zurück! Sie werden sich zurückkehren, um es zu verhindern, um es zu verhindern, um es zu verhindern, um es zu verhindern, um es zu verhindern. Oh! Geht los! Untertitelung des ZDF, 2020 Linkseize, Linkseize, oben unten, Linkseize Linkseize, Video und 3,4, 5,4, 7,4, 6,8, 7,4, 1 Ich hab dir dase mal voll Oh, das ist unsere gerechte Strafe! Ach, das hat uns gefallen! Mach's gut, Schätzchen! Bist wohl mächtig ins Fettlamp hier getreten, was? Oh, na, oh, hier ist es schon gut. Na ja, aber gut. Das ist wieder... ...Achtung, Schaufschütze! Immer fest, Dietrich! Schau Bähääh! Gehehääh! 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 Nicht tot, scheiße. Nicht tot, scheiße. Ah, Widow hat seine Kuti eingesetzt. Oh, die kommen. Ich hab da mal was vorhin erreicht. Papiere ist gut. Ah, komm. Das ist eure Geracht. Nein. Nein. Na, jetzt kommen sie. Oh. So, jetzt wird sie langsam richtig knapp hier. Abwehrkampf ohne Ende hier. Weg. Oh. 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 Wie er weggelaufen ist, ey. Sehr gut, ey. Super toll. Hehehe. Vor mir. Ah. Oh, okay. Alter Schwede. Der Kiss ist hier. Jungle ist echt gut. Hehehe. Masco. Schätzchen. Na. Das ist für mich. Ach. Ah. ... Rolle? Alle für zwischendurch! Das ist eure gerechte Strafe! Hey, wenn ich sterbe, es könnte gut werden! Oh, da sieht die Apfel aus. Wow! Wir haben uns geliefert! Wann läuft der Kampf hier? Vorsicht, dass ich zu verzerrschnecke! Oh, richtig! Unterbrecht mich bitte, wenn ich die Suche bekomme! Fuck, jetzt bin ich da, wo du hier stehst! Vorsicht, Siegenverkehr! Mist! Ah, zu Spiegel 100. Ich bin da. Wie ist alles wackelt? Nein! Was kommt, mein Schätzchen? Nein! Wie ist das ein Geist? Das ist ein Geist. Ich habe den KC in der KC in der KC, man. Kein shit. Jaaaass! Heute wirst du halt aufgeliefert! Sinn! Stellt euch die Touren auf sie! Es kann nicht mehr lang kommen! So fragt jemand die Feuerwehr! Denn ich rede! Hände! 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 Noch 10 Sekunden! Die Zeit! Hände! Bam! Jungs! Und Mädels! Geschafft! Sehr schön! Highlight des Spiels! Highlight des Spiels! Ja, so kann man's machen, ne? So läuft das! Hier in den Minion 33! Das ist Junkwright, muss ich mir grad mal selber loben hier und anklicken! Ja, so könnt ihr ihn spielen Junkwright! Gute Einheit! Defensiv wunderbar! Angriff wunderbar! Alles gut! Wie gesagt, Gold abgesahnt hier! Danke fürs Zuschauen! Zusehen! Zuhören! Alles mögliche! Lasst ein Like da! Subscribe! Also Abo! Etc! Ich bedanke mich für alles! Danke! Danke! Dizier! Körbic! Nee! Bären!